moin moin und herzlich willkommen zurück zu redgard wir haben also ich weiß jetzt nicht genau wo wir jetzt stehen geblieben waren von der letzten folge wo das abgeschmiert war aber wir wissen ja immer noch die location von dem einen ding so und den würde ich jetzt hier abholen wollen und mal gucken ob das jetzt hier auch klappt doch das klappt nein die weg jetzt häng ich auch noch fest toll aber das war doch hier oder nicht dann mag ich den jetzt eben fertig so wenigstens sind wir den jetzt los 5 gold so kann ich jetzt und jetzt jetzt komm geh weg ich hab keine lust ich hab keine lust drauf wirklich okay komm ich hab doch ich hab doch gefühl wir kommen nicht rüber hinweg mit äh dingens hier mit denen zu reden kommt schon der nächste um zu nerven mit friffig zu reden und ich mach hier für euch ein klein cut ihr wollt das sicher nicht noch einmal euch an also sie uns so gleich wieder oder auch doch nicht mit dem haben wir schon alles durch glaube ich damit krendel da hatten wir noch eine sache dann reden wir halt mit dem noch einmal so wie sieht es eigentlich mit meiner trinkflasche aus wie viel hat der noch 2 2 schlücke und ich hoffe dass es gleich nicht wieder abschmiert so da haben wir krendel nacken wir noch einmal mit ihm so okay es ist für die Katzen sie haben in Bagen ja ja ich glaube dass wir jetzt nur ja ok das ist beeindruckend krendel wie könnte ich dich dachten erzähl mir wie hast du es geschafft ja wir machen das gleich so dass ihr wollt das sicher nicht noch einmal ansehen ich suche mir gleich einen kleinen safe spot und wartet da ab hier nachdem wir uns äh darum gekümmert haben dass dass er sich da also dass er sich da auf den weg macht um das zu suchen zu gucken ob das alles noch in Ordnung ist mit dem 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 dann reden wir noch einmal mit äh so mit dem 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 dem über mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem und mit dem Hat's gekürzt? So? So, Engel? So. Ja, dann suchen wir uns jetzt eine Location, wo wir eben hin können, zum Verstecken, zum Zugucken. Und dann machen wir da einen kleinen Cut. Eine Position, wo es ein bisschen sicherer ist. Wo die nicht so einfach an uns ran können. Das sieht so aus, da könnte man das hoch. Genau da, nach ganz oben. Einmal. Dann hier aufs Dach. Ja, perfekt. Können wir das hier beobachten, beziehungsweise ich mache hier jetzt einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ob wir jetzt da auch wieder hin können. Ob wir jetzt ganz normal ausbuddeln können. So. Ich war in der Zeit jetzt auch selber kurz in der Küche was essen. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt ausbuddeln können. Ob Grendel jetzt da war. Habe ich jetzt nicht gesehen oder nicht. Müsste jetzt aber gehen. Jo, da kamen wir draus. Ah, Alter, jetzt hör auf. Alter. Jetzt habe ich auch nichts mehr. Wo ist denn der? Da ist die Nervensäge. Kann der jetzt nicht einfach draufgehen? Ja, komm. Alter. Jetzt hör auf zu nerven. Ne. Schnell. Alter. Muss das so sein jetzt? Wirklich? Muss der mir jetzt so auf den Sack gehen, der Typ? Aber das Ding ist schon mal da raus. So. Ich habe aber jetzt nichts zum Heilen. Warum muss die Wache hier mal nerven? Wirklich. So, der lungert hier zumal rum. Hey! Stopp, folgern mich! Hey, komm mal! Kann der Typ haben ein paar Pflöger? Haben ein paar Pflöger? Ich weiß jetzt nicht, was mit dem los ist, aber... Ich dachte, er wäre schon längst da gewesen. So, einmal voll machen. So. Einmal voll. So. Jetzt auch nochmal voll. Und wir machen jetzt ein Save Game. Save Game. Hallo. So. Und los. Ihr glaubt, er war jetzt aber noch nicht da, oder? So, nehmen wir mal das Ding mit. Achso, der ist jetzt erst unterwegs dahin, oder was? Ich habe das jetzt die ganze Zeit hier stehen gelassen. Ah, und da ist wieder die Nervensäge. Warum musst du mich nerven? Land? So. Hey! Stopp, folgern mich! Hey, komm mal! Kann der Typ haben ein paar Pflöger? Ja, der labert mich jetzt erst mal voll. So, das Ding müsste jetzt da liegen. Und ich hoffe, das Spiel stürt es jetzt nicht nochmal ein. Okay, es ist nicht abgestimmiert. Also, Save Game. Wir haben das Ding. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle vier Teile, oder? Äh, Map. Prifix Map Piece. Wahrscheinlich müssen wir noch etwas finden, um es zu benutzen. Ich stecke die Pest. Oh, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Wenn er sieht, dass das Ding da weg ist. Ich habe gedacht, der wäre jetzt schon längst da gewesen. Ich war jetzt selber in der Küche, kurz. Oh, der hat schon wieder... Gehe, Red Guard! Kann ich den jetzt nicht einfach ausschalten? Endlich! Endlich! so okay jetzt müssen wir noch einmal das ding da hier voll machen so steht hier jetzt was neues terrific can only remember that this piece of the map to the flash of the land real war two numbers and x and the notation long tree wir haben jetzt alle alle teile oder nicht egal wir müssen jetzt eben so oder so unser getränk da einmal voll machen ich hoffe jetzt geht uns keine wache auf den satt machen wir noch einmal voll so und perfekt so noch mal schwert dann gucken wir uns mal die map teile an kann ich mir die nicht einfach so angucken ich habe hier 1 2 3 4 äh, ne, das wollte ich jetzt nicht ich wollte es wieder drüber gehört müsste ich gleich mal einmal mit Rekius quatschen um die zusammenzufügen ich quatsche nochmal mit Rekius vielleicht hilft der mit uns da weiter hmm ja, Cyrus hat wieder ein hmm gemacht das heißt, hier ist irgendwie wieder was wichtiges so kann ich ihn mit Rekius quatschen? oder er ist hier hinten irgendwo hallo, Dräkius, ich will mir die Karten Dräkius ich will reden hier kann man nicht wie geht's dir, Dräkius? der Red Guard gut, gut, gut zu sehen okay, nichts neues okay, kein Plan vorbei ist es auf jeden Fall weg und ich habe jetzt keine Ahnung wo ich hin muss damit oder wie ich die jetzt ansehen kann vielleicht mit dem Kartografen kann der die vielleicht zusammenfügen was kann der uns jetzt zu sagen vielleicht also so Hallo, Maiko Hallo, Cyrus was kann ich für dich tun? Nein wir kommen später nichts neues ich denke, wir mussten mir doch da helfen können, oder? was passiert, wenn wir hier wieder in die Magiergilde reingehen das ist die falsche Richtung da würde ich aber jetzt hier einmal ein Save Game machen wollen bevor wir reingehen äh so, gehen wir rein mal gucken, was passiert mal gucken, was passiert hier war das, ja hmm oh, da wünschst du Lüchter Lüchter können wir mal quatschen achst du etwas? du bist zurück ich bin sorry über Jack und Veer er ist verrückt ne Potion für deine Probleme äh jo, komm, nehmen wir mit als Geschenk ich versuchte Jutta ich versuchte Jutta aber er hat es nicht ich denke, ich bin auch sorry für das ich hoffe, er konnte dir helfen, dich zu finden deine Freundin er hat mich auf der richtigen Weg ich muss den Flask von Lulandrum tschüss 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 zurück ok, gibt's hier noch irgendwie was zu tun? look at book text on potions warte mal orcs blood mit tschüss tschüss warte mal mit tschüss 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 mit der möchte ich jetzt nicht hier gehen wir nachher noch mal rein mit nidl quatschen da will ich nicht hin durch hier der kommt da wieder wenn ich mit dem noch ein ja jetzt noch mal mit dem top Er sieht ein bisschen überraschend aus. Muss ich ihm vielleicht wieder Geld geben? So, einen? Oh, 130 haben wir wieder. Danke, Asari. Du bist sehr generös. Soul Gem. Was kannst du mir über Soul Gems erzählen? Wollt ihr wissen, dass Prinzator's Soul in eine Soul Gem erst vor seiner Tod? Und ich bin Angst, dass ich von dir komme. Aber ich habe keinen Schaden, um diese Soul zu verhindern. Du musst einen anderen Menschen auszutauschen, um dir zu helfen. Danke, Asari. Danke, Asari. Es hat mir nichts gebracht. Ein Gold hat es bei ihm gekostet. Können wir vielleicht da drinnen nochmal mit Chrysandra reden? So. Da, Chrysandra. Chrysandra. Hallo. Cyrus. Was brauchst du? Entschuldigung. Vielleicht können wir später sprechen. Das bringt mir gar nichts hier. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. So. Äh, andere Richtung. Der Missioner? Die kann fliehen? Oder, äh, Ketema, oder wie der Kies? Den einen machen wir jetzt mal fertig. Der da oben ist. Jo. Jo. Der trifft mich? Ja. Alter. Kann doch nicht sein. Komm schon. Cyrus. Du bist ziemlich hoch. Alter. Kann doch nicht sein. Endlich. Alter. Ein bisschen Gold. Das sollte helfen. So. Wollen wir mal mit dem nochmal? Well? Hallo wieder Trip. Still alive. Okay, nichts neues. Danke Trip. Ich muss gehen. Dann war Kingo Siona. Dann war Kingo Siona. Dann war Kingo Siona. Hallo Siona. Sie missen mich. Cyrus, nicht so ein略iger. Warum hat er uns immer so gesehen? Aber wenn ich dich wäre, dann geh weg von ihm. Er ist ein Traitor. Jetzt sind wir noch nicht. Sei vorsichtig. Ja. Wo ist denn eigentlich der Dütchen? Dem kann ich auch nicht quatschen. Da kann ich auch nicht doof. Schade. Mit wem kann ich noch alles quatschen? Ja. An denen will ich jetzt eigentlich vorbei. Eher. Ich würde aber auch gerne irgendwie die Map jetzt zusammenfügen oder so. Dass ich mir die auch richtig ansehen kann. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Map jetzt hier machen soll. Mit der Karte. Gehen wir mal zu Erasmu. Ja. Hier sind echt viel zu viele Wachen. Viel zu viele Kaiserliche, die einen hinterherrennen. Es tut mir aber leid, dass ich mich über die Kaiserlichen hier aufrege. Aber die sind wirklich extrem nervig, wie die einen hinterherlaufen. Ja. Und rein. Ich hoffe, er kann mir da helfen. Der Verrückte. Dieser Dwemer-Petischist. Hallo wieder, Merazmo. Mein Hero! Das wäre doch super. Bleib ruhig, Merazmo. Ich muss das mit etwas anderes benutzen. Ich muss wahrscheinlich etwas finden, um es mit zu benutzen. Okay, womit soll ich das benutzen? Ich raffe es nicht. Ich raffe es nicht. Vielleicht können wir die Restless League ein bisschen weiterentwickeln. Gehen wir mal da. Vielleicht können die mir helfen. Ui, das war schnell. Gehen wir mal zu Restless League. Vielleicht können die mir helfen. Oh, die sollen aufhören mich zu nerven. Wie die einen nur hinterherlaufen. Höh, du bist da. Wie die Menschen als nicht vorzumachen. Wie die andere Leute ist nicht da. Ganz so. So warte mal. Das sieht doch so aus. Das hier kann ich nicht nutzen. Okay, kann ich gar nicht nutzen. Hier gibt es aber auch nichts Neues mehr. Okay, die sind auch nicht mehr da mit dem Stift. Nein! Nicht ins Wasser. Komme ich nochmal wieder hoch irgendwo? So, dass ich hier noch irgendwie rumlaufen kann. Hier komme ich wieder hoch. So. Ich brauche hier jetzt gleich mal wieder eine Fakke. Nee? Full Leather. Kommt dann jetzt einer? Weiß ich nicht. Ansonsten würde ich sagen, finden wir das in der nächsten Folge heraus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos. Und tschau! Das war ich. Ich bin's. Wir gucken's mal weiter. Wir filmen doch dann mal über den Mund. Wir gucken's mal wieder auf. Ich bin's echt läussisch. Ich bin's besser hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020